Herzlich willkommen im NEOS Lab, dem offenen Labor für neue Politik. Mein Name ist Lukas Usteler. Ich darf Sie herzlich als Direktor des NEOS Lab der Parteiakademie von und für NEOS digital willkommen heißen. Wir haben heute ein Let's Talk at Lunch, politische Gespräche zur Mittagszeit zu einem sehr aktuellen Thema. Es geht um den Schulstart, es geht um das, was wir auch in der Bekämpfung der Corona-Pandemie gelernt haben und wie die Schülerinnen und Schüler und auch die Schulen selbst durch diesen Corona-Herbst kommen können, weil die Vorgaben durchaus sehr unterschiedlich sind. Auf der einen Seite sehr positive Entwicklungen durch die Impfung, dadurch, dass sich immer mehr Menschen auch schützen und immunisieren können und auf der anderen Seite Mutationen wie die Delta-Variante, die ansteckender sind und deswegen auch dazu beigetragen haben, dass jetzt andere neue Maßnahmen auch diesen Schulstart im Jahr 2021 prägen. Ich freue mich ganz außerordentlich, zwei Experten dazu im NEOS Lab begrüßen zu dürfen, eine Expertin und eine Expertin aus sehr unterschiedlichen Bereichen auch. Auf der einen Seite darf ich ganz herzlich willkommen heißen die Bildungspsychologin Christiane Spiel. Guten Tag. Sie ist stellvertretende Vorständin des Instituts für angewandte Psychologie an der Uni Wien und leitet auch das Institut für Psychologie der Entwicklung und Bildung und sie werden uns sehr genau schildern können, wie es um auch gerade die Entwicklung und die psychologische Entwicklung der Schülerinnen und Schüler in den letzten mittlerweile schon mehreren Schulsemestern gegangen ist, die von dieser Pandemie geprägt waren, weil sie da sehr viel auch empirisches Material sammeln, also auch wirklich wissen, wie es um die Schülerinnen und Schüler bestellt ist. Darauf freue ich mich schon außerordentlich. Und ich darf auch herzlich willkommen heißen den Mediziner Christoph Steininger. Er hat sich auf Virusinfektionen spezialisiert, was sich in den letzten Jahren insofern ausgezahlt hat, weil sie auf alle Fälle medial sehr viele Auftritte bekommen haben in den letzten zwei Jahren. Viele Menschen werden ihr Gesicht wiedererkennen heute. Aber sie sind auch Mitgründer von Lead Horizon und da erkennen nicht nur viele Leute ihr Gesicht, sondern auch ein Produkt, das sie mitentwickelt haben, nämlich den patentierten Gurgeltest auch, der eine sehr niederschwellige Form des PCR-Tests ist und natürlich diesen Schulstart auch extrem prägt, zumindest im Osten des Landes. Herzlich willkommen auch im Neos Lab. Ich würde gerne anfangen mit einem Ausblick, einer Bestandsanalyse auch, wo wir gerade stehen. Es ist jetzt der 9. September, die erste Schulwoche, die erste Schulwoche auch unter diesen geänderten Rahmenbedingungen mit einem sehr dichten Testregime. Mich würde ein bisschen aus medizinischer Sicht interessieren, wie viel Sorge bereitet Ihnen die aktuelle Situation. Wir haben gemessen an den Neuinfektionen doch eine gewisse Steigerung im Verhältnis dazu, wie viel Entspannung sich vielleicht auch schon breitmacht dadurch, dass die Impfungen auch einfach niederschwellig verfügbar sind. Sehr viele Menschen auch in Österreich diese Chance schon ergriffen haben, sich immunisieren zu lassen. Ja, Sie haben schon angesprochen. Wir entspannen uns etwas, kommen aus dem Sommer entspannt zurück und hoffen, dass das so entspannt weitergeht. Aber das wird sich sicher nicht bewahrheiten. Der Herbst kommt und damit nicht nur Covid-19 mehr Aktivität, sondern auch andere Viren. Und das macht es einfach noch komplizierter, dass man da gute Entscheidungen trifft. Insgesamt ist die Situation exakt gleich wie voriges Jahr, nur dass wir dieses Jahr jetzt schon mehr Fälle haben als voriges Jahr im Vergleichszeitraum. Und wir werden sicher noch mehr Anstiege sehen. Wir werden sicher noch mehr Patienten auf Intensivstationen betreuen müssen. Das ist nicht schwierig vorherzusagen. Dafür brauche ich kein Statistiker oder Datenmodellierer sein. Okay. Und dieser Vorteil gegenüber vor einem Jahr, nämlich die verfügbare Impfung und auch diese Durchimpfungsrate, die wir jetzt schon haben, und dieser Nachteil unter Anführungszeichen durch diese Delta-Mutation, die ansteckender ist, wie würden Sie sagen, wiegt sich das auf? Wiegt sich das überhaupt auf? Ja, es wiegt sich deutlich auf. Wir sehen zwar wesentlich mehr Fälle, die jetzt diagnostiziert werden, aber in Relation dazu sehen wir weniger intensivpflichtige Patienten. Wir sehen schon einen deutlichen Anstieg auch bei der Belegung der Intensivbetten, aber nicht in dem Ausmaß, wie wir uns erwarten würden in Relation zu den diagnostizierten Fällen. Und damit kann man ganz klar schon einen Effekt sehen, einen sehr positiven Effekt der Impfung, weil selbst wenn man nicht hundertprozentig geschützt ist durch die Impfung, kann man davon ausgehen, dass man einen milderen Verlauf zu erwarten hat. In Dänemark, wo ein deutlich höherer Durchimpfungsgrad noch ist, also die sind ungefähr 15 Prozentpunkte über uns, also wir sind jetzt bei ungefähr 60 Prozent Durchimpfungsrate, also Menschen, die in Relation zur Bevölkerung wirklich alle nötigen Stiche schon hatten, um vollständig immunisiert zu sein. In Dänemark ist es ungefähr 75 Prozent. Dort hat die Regierung jetzt gerade verkündet, nicht unbedingt die Pandemie ist zu Ende, aber die Pandemie als Phänomen, das ein großes öffentliches Gesundheitsrisiko darstellt ist, zu Ende, weil es in Wirklichkeit jetzt sehr stark ein individualisiertes Risiko ist. Sind wir da in Österreich noch entfernt dadurch, dass wir nicht so viel mehr Menschen geimpft haben in ihren Augen? Nein, ich glaube, die Gesundheitsbehörden in Dänemark greifen einer Entwicklung um eineinhalb Jahre vor. Wir werden dort wahrscheinlich global betrachtet in ein, zwei Jahren sein. Ich halte diese Entscheidung noch für verfrüht. Das ist das Fernziel, aber da sind wir noch nicht. Jetzt ist natürlich die Frage, wie die Schülerinnen und Schüler, die Schulen auch durch den Herbst kommen, ein, die direkt betroffen waren, wie das die älteren Kohorten waren. Also wenn ich mir die Übersterblichkeitsdaten ansehe, natürlich in den letzten 18 Monaten, wie viele Menschen waren in den Spitälern und waren das vor allem ältere Menschen und waren das vor allem Menschen, die zum Beispiel in Pflegeheimen erkrankt sind. Hat sich dadurch Delta etwas verändert? Müssen wir uns heuer mehr oder andere Sorgen machen darum, wenn junge Menschen eben zwischen 5 und 15 zum Beispiel erkranken oder diejenigen, die sich noch nicht immunisieren können, nämlich die unter 12-Jährigen? Der Delta wirkt sich ja schon Delta-geschuldet. Diese Virusvariante ist deutlich infektiöser, virulenter und damit dürfen wir auch uns nicht zurücklehnen. Wir sehen diese Steigerungsraten in allen Altersgruppen und ja, Kinder sind in der Regel nicht so schwer betroffen von schweren Verlaufsformen, aber wir müssen leider auch Kinder betreuen auf Intensivstationen, sehen auch bei Kindern schwere Erkrankungen und aus den Rehaeinrichtungen höre ich immer mehr, dass gerade bei der Lungenreha viele junge Menschen zu betreuen sind. Und am AKH sind auch schon viele Menschen nur wegen der Covid-Erkrankung Lungen transplantiert worden und das sind in der Regel jüngere Menschen, weil Menschen im sehr fortgeschrittenen Alter werden gar nicht mehr Lungen transplantiert, weil die Prognose insgesamt schon zu schlecht ist. Aber gibt es da sozusagen schon Unterschiede, die messbar sind zwischen Delta und Varianten davor, dem ersten Schuljahr, das wir sozusagen hatten angesichts der Pandemie oder ist Delta da in gewisser Weise nur deswegen jetzt auch ein bisschen ein anderer Faktor, weil natürlich das die einzige Kohorte, die die einzigen Menschen sind, die nicht so durchgeimpft werden können, weil die unter Zwölfjährigen zum Beispiel einfach da noch keine Impfstoffe zugelassen sind. Ja, Delta ist infektiöser, wir sehen es auch bei Schulkindern, dass es da mehr Fälle gibt und das bedeutet natürlich auch, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Schulkind, das sich in der Schule infiziert und diese Virusinfektion nach Hause bringt, auch gestiegen ist. Also die ganze Situation hat sich aggraviert durch die höhere Virulenz dieses neuen Virusstamms. Ich würde dann gerne gleich nachher auf die Art und Weise dann vielleicht eingehen, wie man die Schulen dann auch aus medizinischer Sicht sicherer machen kann. Ich würde jetzt aber gerne zu Ihnen kommen, Frau Prof. Spiel, und darauf eingehen, wie sich die Pandemie ausgewirkt hat auf Schülerinnen, abseits sozusagen jetzt des unter Anführungszeichen rein medizinischen Verlaufs, nämlich wir haben in den letzten zwei Jahren durchaus sehr viele Studien gesehen, sehr viele Umfragen gesehen, sehr viele anekdotische Evidenz auch gehört darüber, wie sich der psychische Gesundheitszustand vieler junger Menschen verschlechtert hat. Heute habe ich gesehen, war eine Meldung, dass bei Rad auf Draht zum Beispiel um 20 Prozent mehr junge Menschen angerufen haben und sich mit suizitalen Gedanken auseinandergesetzt haben. Wie würden Sie jetzt am Beginn dieses Schuljahres die Situation einschätzen, wenn es um die psychische Gesundheit von jungen Menschen in den Schulen steht? Darf ich zuerst eine kleine Korrektur anbringen? Ich bin nicht Vorstand des Instituts für die Psychologie der Entwicklung und Bildung. Das steht möglicherweise auf der Website nicht korrekt. Ich bin nicht als Leiterin. Nein, bin ich nicht, aber ansonsten stimmen die Informationen. Ich glaube, man muss, ich will ganz noch einmal zurückgehen zum Beginn, damit klar ist, was eigentlich Schule bedeutet und welche Effekte es hatte, die zum Teil jetzt möglicherweise noch verstärkt sind, beziehungsweise wo man vielleicht schon ein bisschen was dagegen getan hat. Die Pandemie beziehungsweise die Maßnahmen der Pandemie haben zentrale Funktionen von Schule außer Kraft gesetzt. Das eine ist, die Schule organisiert und strukturiert das Lernen. Ich meine, jedes Kind weiß, ich muss um acht in der Schule sein, habe dann meine Fächer und ich muss lernen. Die Schule ermöglicht aber auch das Lernen von und mit anderen Kindern und damit das Hineinwachsen in eine demokratische Gesellschaft, also eine ganz wichtige Funktion der Schule. Und das Dritte ist, wenn ein Lockdown ist, dann können die Lehrpersonen nicht mehr beobachten, wie die Leistungen der Kinder zustande kommen. Also wenn jetzt ein Produkt abgeliefert wird, kann es sein, dass das Kind das allein gemacht hat, sich furchtbar geplagt hat, dass die Eltern geholfen haben, wie auch immer, aber der Lernprozess ist nicht beobachtbar. Also das sind die zentralen Funktionen, die da außer Kraft gesetzt wurden. Und was sich am Anfang gezeigt hat, wir haben eine Studie eben gemacht, von Anfang an mit vielen Messzeitpunkten war, dass vor allem diese Strukturierung des Alltags, wie die außer Kraft gesetzt war, das das so gut wie alle getroffen hat, weil sie nicht entsprechend darauf vorbereitet waren. Also die Selbstorganisation des Lernens war viel zu wenig ein Thema in der Schule, genauso das mit der Digitalisierung. Das heißt, wir haben eine große Heterogenität bezogen darauf, sowohl was das Wissen und die Kompetenzen der Lehrpersonen betrifft, also jetzt Digitalisierung, aber auch die der Kinder. Und das hat dann dazu geführt, leider, dass die Schere über die Zeit weiter aufgegangen ist. Das heißt, manche haben sich da rappelt, so nach dem Motto, es geht jetzt immer besser. Wir haben zum Beispiel vor dem Sommer letzten Jahres, da war unsere dritte Erhebung, haben wir gefragt, wenn ihr an die Pandemie zurückdenkt, was nehmt ihr einfach mit? Da war die häufigste Antwort, wie wichtig die Selbstorganisation des Lernens ist und dass wir das jetzt besser können. Das heißt, den Kindern ist das selbst bewusst geworden. Aber ein zweiter Aspekt, der wurde aus unserer Sicht zu wenig beachtet und der hat diese Folgen gebracht, die Sie jetzt gerade angesprochen haben, nämlich den psychosozialen Aspekt. Die Schule hat verständlicherweise gesagt, wenn wir nicht alle in die Schule lassen können aus medizinischen Gründen, dann sollen doch die älteren Schülerinnen und Schüler, also in der Oberstufe, länger zu Hause bleiben, denn die können ihr Lernen besser organisieren, die haben das schon gelernt, die können besser mit digitalen Medien umgehen und so weiter. Es wurde aber vergessen, dass in dem Alter sich entwicklungspsychologisch ganz andere Herausforderungen und Aufgaben stellen. In dem Alter geht es zum Beispiel um die Identitätsentwicklung. Das heißt, die Frage, wer will ich sein, wo will ich hinkommen, welche Zukunftsperspektiven habe ich? Das ist daher eine Phase, wo man sich selbst erproben will, wo man raus will, wo man sich mit Freunden treffen will, wo man Reisen machen will. Die zweite Sache ist, dass es auch eine Phase ist, wo man zu den Eltern eine andere Form der Beziehung entwickelt. Also man ist nicht mehr so abhängig wie die jüngeren Kinder, sondern man entwickelt sozusagen eine Beziehung, die zwar ebenfalls positiv ist, aber nicht mehr in dieser Abhängigkeitsform. Was ist jetzt? Die Schülerinnen waren zu Hause bei den Eltern, konnten nicht weg, konnten ihre Freundinnen und Freunde nicht sehen, die in dem Alter ganz wichtig werden, konnten nicht an ihre Grenzen gehen, sich nicht erproben. Daher ist es, und das haben auch unsere Studien ganz klar gezeigt, den älteren Schülerinnen und Schülern deutlich schlechter gegangen als den Jüngeren psychisch. Und das hat man am Anfang gar nicht bedacht. Also das heißt, die haben wesentlich mehr darunter gelitten. Und dann kommt noch etwas dazu, dass die Zukunftsperspektiven, die haben sie ja schon vorher erkannt, dass die schwierig sind. Sie sind auf die Straße gegangen für Fridays for Future, haben erkannt, die Zukunft, die wir erleben werden, ist, wenn die Erwachsenen, die anderen nichts tun, ganz furchtbar. Und jetzt kommt noch die Pandemie, dann kommt der Schuldenberg, den sie abtragen müssen und so weiter. Das heißt, wir haben einfach erlebt, dass es denen wesentlich schlechter geht und dass man etwas tun muss, um sie zu unterstützen. Würden Sie dann aber sagen, auch aus dieser Analyse heraus, dass man zumindest die Hoffnung für das nächste Schuljahr haben kann, dass ja gerade die, die sich jetzt gerade angesprochen haben, die älteren Schüler, die können sich zumindest dieses Mal immunisieren. Das heißt, da ist wahrscheinlich dieser sichere Schulraum und dieser Ortschule, zumindest aus medizinischer Sicht, leichter möglich, als das noch im vergangenen Jahr der Fall war. So ist es. Aber ich glaube, nachdem wir ja erleben, dass auch die Erwachsenen sich zumindest bisher bis zu 60 Prozent in Österreich haben impfen lassen, glaube ich, ist es auch ganz wichtig, dass das Thema Impfen und zwar in sehr sachlichen Diskussionen in der Schule aufgegriffen wird mit sachlichen Informationen über Studien. Denn wir müssen einfach sehen, das ist in der Medizin genauso wie bei uns im Bildungsbereich, wenn Studien gebracht werden, werden fast immer nur die Ergebnisse genannt, aber nicht der Prozess, wie die Ergebnisse zustande kommen. Und Unterschiede in den Ergebnissen liegen ganz häufig daran, welche Stichprobe erhoben wird, zu welchem Zeitraum die Erhebung war und so weiter. Also ganz viele Dinge spielen eine Rolle. Das wird aber meistens verkürzt und dann stehen nur Ergebnisse da, die einander möglicherweise widersprechen. Und daher erleben wir ja auch, dass wir einerseits sagen, Wissenschaft ist so wichtig, speziell die Medizin, aber gleichzeitig hat man das Gefühl, naja, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler widersprechen einander auch. Aber das hat ganz stark auch mit der verkürzten Darstellungsweise zu tun und außerdem haben wir ja natürlich auch in der Wissenschaft einen Diskurs. Es gibt nicht wirklich überall die Wahrheit, die irgendwer gepachtet hat, aber über den Diskurs entwickelt man immer mehr Wissen und auch durch neue Erhebungen. Jetzt ist ja ein psychologischer Effekt, der in der Pandemie sehr oftmals genannt wurde, die Fatigue, also quasi die Pandemie-Müdigkeit. Wie hat sich das bei den Kindern und Jugendlichen dargestellt? Zumindest vor, die eine Welle oder eine Umfrage genannt, die noch vor dem vergangenen Sommer der Fall war. Jetzt sind wir sozusagen schon im Monat 18, 19 und sozusagen seit den ersten Maßnahmen in Österreich. Hat sich doch bei den Kindern und Jugendlichen eine gewisse Pandemie-Müdigkeit schon bemerkbar gemacht, auch in den Daten und wie die die Pandemie einschätzen? Man muss sehen, dass die Pandemie Unterschiede, die es schon gegeben hat und zwar sowohl was das Wissen betroffen hat, was die psychosozialen Aspekte betroffen hat und auch solche Dinge verstärkt hat. Also wir haben nicht einen Effekt, der für alle gleich gilt, sondern wir haben sehr unterschiedliche Effekte und wir haben Kinder und Jugendliche, die stärker betroffen sind. Was sich aber durchgängig bei uns gezeigt hat, also wir haben, glaube ich, fünf Erhebungen mit Studierenden, fünf Erhebungen mit Schülerinnen gemacht, mit Lehrpersonen und so weiter. Also wirklich ganz unterschiedliche Gruppen und auch international. Sie haben ganz klar gezeigt, die hohe Relevanz der psychologischen Grundbedürfnisse. Wenn diese Grundbedürfnisse, das sind drei, das Grundbedürfnis nach Kompetenz erleben, also ich habe etwas geschafft, ich habe etwas weitergebracht, das Grundbedürfnis nach Autonomie, also ich kann selbst auch etwas bestimmen und es wird mir nicht alles vorgeschrieben, was gerade sehr eingeschränkt war während der Pandemie für uns alle. Und das dritte Bedürfnis ist das Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit. Also ich bin zusammen oder fühle mich verbunden mit Menschen, die mir wichtig sind, die mir lieb sind. Wenn diese Bedürfnisse erfüllt sind, und zwar sowohl für Kinder, Jugendliche, aber auch für Erwachsene, dann fühlen sie sich wohler und dann haben sie als Schülerinnen und Schüler eine Lernmotivation und als Erwachsene halt eine Arbeitsmotivation. Und die moderierende Rolle spielt hier, wie gut ich selbstorganisiert arbeiten kann. Denn wenn ich das nicht schaffe, werde ich kein Kompetenzleben haben und dann komme ich in einen negativen Kreislauf oder umgekehrt, wenn ich es schaffe, komme ich in einen positiven. Und daher glaube ich, muss die Schule jetzt besonders darauf achten, dass diese Grundbedürfnisse erfüllt sind. Und ich glaube, sie sollten noch stärker darauf achten. Das war vorher möglicherweise in der Schule gar nicht so bewusst, wie wichtig das eigentlich ist für beides, Wohlbefinden und Lernmotivation. Jetzt ist ja ein Aspekt, um das vielleicht noch abzuschließen, im Kompetenzerleben ja auch vor allem jetzt die letzten 18 Monate darauf fokussiert gewesen, auch digital Dinge zu vermitteln, digital Dinge zu erfassen, digital Wissen zu vermitteln. Wir haben das in einem Policy Briefer untersucht, da ist Österreich, das österreichische Bildungswesen im internationalen Vergleich eben nicht Spitzenreiter. Da haben wir viel aufzuholen, da haben andere Länder sehr viel Vorsprung auch von einzelnen Apps, die sozusagen über alle Bildungstypen und Schulklassen harmonisiert sind und daher ein Point of Entry quasi für Eltern, Lehrer, Schüler zur Verfügung gestellt haben. Wir sehen eben auch zu natürlich extrem unterschiedlichen Kompetenzniveaus im Lehrerbereich und Lehrerinnenbereich. Jetzt habe ich letztens auf den sozialen Medien bei einem heimischen Spitzenpolitiker gesehen, man werde jetzt ab dem Herbst die große Digitalisierung starten an den Schulen. Mich würde ein bisschen aus der Bildungsperspektive auch interessieren, haben wir da viel verschlafen und hätten wir da ein bisschen schneller auch von anderen Vorbildern lernen können, um da zumindest diesen Backup-Plan, nämlich was ist dann wenn, wenn Quarantänen ausgerübersprochen werden, wenn Schulen vielleicht zumindest klassenweise mal geschlossen werden müssen, dass man da das Digitale ein bisschen, also nicht ein bisschen, dass man das Digitale hätte stärken müssen, ist da ein bisschen Zeit verloren gegangen? Das Problem ist, genauso wie ich es gesagt habe, mit der Selbstorganisation, also wie sehr wurde selbst organisiertes Lernen früher gefördert. Dasselbe haben wir natürlich mit der Digitalisierung. Österreich war sicherlich auf so einen Lockdown nicht gut vorbereitet. Ich meine, da gibt es Kapitel im nationalen Bildungsbericht darüber und zwar sowohl mit Blick auf die Lehrpersonen als auch mit Blick auf die Schülerinnen und Schüler. Und dann ist völlig klar, wenn in so einer Situation, wo wir auf das nicht gut vorbereitet sind, ganz plötzlich ein Lockdown kommt, dann ist völlig klar, dass das auch, naja, vor allem dort, auch dort ist natürlich eine Heterogenität gegeben von Freaks bei Lehrpersonen, die also ganz perfekt vorbereitet sind und das schon immer gemacht haben, bis zu solchen, die also sagen wir es freundlich, nicht technikaffin sind. Und da war klar, dass das natürlich entsprechende Konsequenzen hat. Die häufigsten Klagen am Anfang bei den Schülerinnen war, dass jede Lehrperson eine andere Plattform verwendet und sie müssen dann zehn Plattformen lernen und das da hochladen und solche Dinge. Aber ich glaube, also wir brauchen auf jeden Fall hier eine Offensive. Es ist meines Wissens vom Bildungsministerium auch sofort Online-Angebote entwickelt worden, dass sich die Lehrerinnen und Lehrer weiterbilden. Aber gerade in Zeiten der Pandemie war es natürlich gar nicht möglich, das verpflichtend zu machen. Man hätte das wahrscheinlich auch gar nicht in diesem Umfang jetzt nicht nur fördern, sondern dann auch entsprechend unterstützen können. Aber dass hier ein Nachholbedarf ist, ist völlig klar. Nur glaube ich, also ich habe ein bisschen momentan das Gefühl, dass der Fokus zu sehr auf die Technik liegt und zu wenig darauf, wie ich dann zum Beispiel eine App oder auch sonstige Dinge pädagogisch-didaktisch im Unterricht einsetze. Denn das vorhanden, auch bei den Schülerinnen und Schülern, wenn ich jemandem jetzt ein Tablet in die Hand gebe, dann ist sozusagen das Problem nicht sofort gelöst, sondern ich muss ja auch wissen, wie gehe ich mit dem um und vor allem als Lehrperson, wann macht es Sinn, dass ich es einsetze. Da gibt es glaube ich auch sowieso schon eine Idothek, die muss aber sozusagen sicherlich noch weiterentwickelt werden. Und ich glaube, also das sollte man noch mehr im Fokus nehmen. Jetzt ist ein Punkt schon angesprochen worden, die sich vielleicht an den Schulen verändert hat, nämlich dass, zumindest habe ich das letzte Woche wieder gesehen, an vielen Schulstandorten neue Tablets und neue Laptops da sein werden. Aber das ist nicht das einzige, was neu sein wird. Auch neu ist ein relativ striktes und stringentes und insbesondere über die ersten drei Wochen auch durchaus sicher für viele Schülerinnen und Schüler intensives Testregime, das eingeführt wurde vom Bildungsministerium. Ein Teil des Testregimes ist natürlich auch, dass man diese hochwertigen PCR-Tests einsetzt und nicht nur unter Anführungszeichen die Antigen-Schnelltests. Mich würde ein bisschen da auch die medizinische Sicht interessieren. Wir haben da jetzt ein sehr feingliedriges System eingeführt mit drei Tests die Woche. Dann kann man die sofort absondern und alle, die Kontakte hatten, gegebenenfalls nachtesten. Das scheint so, als wäre das Schul-Contact-Tracing zumindest für heuer sehr einfach möglich oder zumindest sehr effizient und sehr schnell möglich, oder? Für drei Wochen. Wie das Konzept danach aussieht, habe ich noch nicht vernommen. Und das dreimal pro Woche Testen gab es ja schon mit vielen Schuldirektorinnen und Direktoren die letzten Wochen und Monate gesprochen. Und meine Sorge ist eine vor allem logistische, organisatorische. Sie müssen bedenken, Sie haben jetzt zwei unterschiedliche Testsysteme in der gleichen Klasse. Das heißt, Sie haben unterschiedliche Logistik und unterschiedliche Aufgaben für wen auch immer, der das organisiert. Ich habe auch gehört, dass es in den Pflichtschulen kein Sekretariat gibt und damit keine Person, die dem Direktor, der Direktorin unterstützend zur Hand steht. Bei uns, wenn wir nur an die Verwaltung der Testkits denken, das ist ein zusätzlicher Aufwand, der nicht zu unterschätzen ist. Das heißt, dadurch gibt es jetzt zusätzliche Verpflichtungen und Aufgaben, die die Schule vor zwei Jahren nicht leisten musste. Und das bedeutet natürlich auch, dass nachdem die Arbeit insgesamt nicht weniger geworden ist, die Herausforderungen eigentlich mehr geworden sind mit Homeschooling und Digitalisierung, gibt es ja weitere Themen, denen sich die Schulen annehmen müssen. Das bedeutet, es gibt viel mehr Arbeit, die jetzt von der gleichen Anzahl von Menschen geleistet werden muss. Darf ich dazu einen kleinen kurzen Zusatz sagen? Die Pandemie hat, ich glaube nicht nur im Bildungsbereich, einfach Problemfelder aufgedeckt, die uns vorher schon bewusst waren, aber dadurch, dass in der Pandemie jetzt eben vieles gefordert wird, wird es evident und wesentlich evidenter, wir können das Problem aber nicht sofort lösen. Zum Beispiel, wir haben immer schon gewusst, dass es doch eigentlich ein Problem ist, dass in den Grundschulen, also Volksschulen, die Schulleiterin oder der Schulleiter selbst die Sekretär ist und alles machen muss. Also vom Brief auf die Post bringen und so weiter. Und jetzt in der Pandemie, wo viel mehr Aufgaben kommen, wird klar, das ist kaum bewältigbar. Also das heißt, wir haben immer schon mehr Unterstützungssysteme gefordert. Also ich glaube, das ist so etwas, was die Pandemie uns wirklich lehrt. Vorher haben wir gesagt, das ist problematisch, aber jetzt lernen wir, es ist nicht nur problematisch, sondern vielleicht sogar dramatisch. Mich würde ein Punkt trotzdem auch von der Einschätzung interessieren, weil sie ja auch mit Lead Horizon natürlich auch gerade für Wien jetzt schon einiges an Erfahrungswerten gesammelt hat. Mit so einem dichten Testregime, wie es jetzt ist, müsste ja trotzdem das Globalziel, das man hat, nämlich dass die Schulen offen bleiben können, erreichbar sein, oder? Weil wir haben Contact Tracing, wir haben relativ schnell relativ viel verfügbare Daten und das auch in einer Qualität, dass man sicher sein kann, dass sozusagen da keine große Dunkelziffer mehr existiert, weil die quasi mit Falsch-Negativen durchrutschen, oder? Also ein Schul-Lockdown 2021 müsste eigentlich mit den neuen Mitteln, die wir haben, verhinderbar sein. Hoffen wir es. Wir kommen zuerst immer wieder mal zurück dazu, dass Impfungen eigentlich das ganz entscheidende Instrument sind, um die Pandemie zu bekämpfen. Und da haben wir zumindest die Altersgruppe 12 bis 18 Jahre in den Schulen, die wir impfen können. Und da gibt es auch noch ganz viel Aufholarbeit. Ich finde, da muss man die absolute Priorität reinlegen. Und ich hoffe, dass bald auch Studien vorliegen, die auch eine Impfung unter zwölf Jahren ermöglichen. Das ist das absolut Entscheidende, dass wir wirklich verhindern, dass es einen weiteren Schul-Lockdown gibt. Der zweite Punkt, der mir wichtig ist, ist, dass man möglichst einfache, lebbare Konzepte entwickelt, die so simpel sind, dass man sie nicht jeden Tag wieder neu überdenken muss. Und die auch über ein ganzes Semester hinweg halten, sodass man nicht immer wieder neu nachdenken muss. Ich habe mit meinem Sohn jetzt im Vorfeld gesprochen, er ist 15, was ihn denn am meisten gestört hat im letzten Semester. Und er hat gemeint, eine der Situationen, die ihn gestört hat, war, dass es eine eigene Ampel für die Schule gegeben hat, die anders war als die für den Rest Österreichs. Nur als Beispiel, wie wichtig es ist, dass man einheitliche Regeln für alle Situationen hat, dass man keine komplizierten Situationen hat, die man nicht leben kann. Wir kennen das aus der Medizin, immer da, wo der Stress hoch ist, muss es möglichst einfach sein, weil wenn es kompliziert wird, ist es fehleranfällig. Und solche Systeme braucht man auf keiner Intensivstation, auf keiner Notaufnahme und eigentlich auch nicht einer Schule meiner Meinung nach. Und wenn wir dann weitergehen, dass es zwei unterschiedliche Testsysteme gibt, die jetzt gerade in Anwendung sind. Es gibt vom letzten Semester viele Studien, auch von Kollegen Wagner von der Hauptuniversität, die gezeigt haben, dass die Nasenbohr-Tests sehr unzuverlässig sind. Man kann natürlich argumentieren, besser als nichts, aber man kann sich auch nicht darauf verlassen, dass das Testergebnis zutrifft. Und da beginnen dann die Unsicherheiten. Und Unsicherheit ist genau das, was wir jetzt nicht brauchen können. Aber ich würde trotzdem dann daraus mitnehmen, dass dann, wenn es darum geht, einfache, klare Regeln zu haben, dann hilft wahrscheinlich jetzt auch ein so komplexer Stufenplan vielleicht dann nicht, wenn zum Beispiel dieses einfache Konzept 3G, getestet, genesen, geimpft, dann aufgedröselt wird in unterschiedliche Formen von 2G, unterschiedliche Formen von 1G und unterschiedliche Formen von 3G. Also diese Komplexität noch vergrößern, wenn man eigentlich mal etwas etabliert hat, ist dann eigentlich etwas, was vielleicht dann auch die Nachvollziehbarkeit und dann vielleicht auch die, machen die Menschen das eigentlich, was sozusagen dann die Regel ist, verhindert. Absolut. Ja, also damit wir alle uns an Regeln halten, ist es wichtig, dass sie einfach, nachvollziehbar und konsistent sind. Und wenn sich Regeln laufend verändern, ist es schwieriger. Ja, selbstverständlich müssen Regeln angepasst werden an neue Situationen und allein die Entwicklung mit der Delta-Variante hat die Situation verändert. Verändert hat sich aber auch, dass wir jetzt eine Impfung haben. Dementsprechend sind auch die Regeln angepasst worden. Der Charme an der 3G-Regel ist ja eigentlich, dass sie relativ einfach ist und damit lebbar ist. Und ich bin sowieso ein Verfechter von einfachen Leitlinien. Wobei man sagen muss, also ich habe gestern mal wieder die kleine Zeitung gelesen zum Beispiel. Und wenn allein schon dann zwei Absätze nötig sind, um zu unterscheiden, wie ist es eigentlich, wenn ich jetzt einkaufen gehe zwischen Wien und Graz, zwischen Graz und potenziell noch in einem anderen Bundesland, dann ist es vielleicht dann auch für Erwachsene vielleicht gar nicht so leicht nachvollziehbar, immer geschwäge denn dann für Schülerinnen und Schüler, die vielleicht nicht so zu den großen Tageszeitungskonsumenten zählen. Frau Prof. Spill, das würde mich auch interessieren aus den Umfragen, die Sie gemacht haben. Jetzt ist ja sehr viel Erfahrung, auch gerade im letzten Schuljahr, dann gegen Ende des Schuljahres gewesen mit Schule sicher machen. Also es wurden die Nasenbordtests angesprochen, in Wien natürlich auch die PCR-Tests, die eingeführt wurden. Das heißt, sehr viel ist ja da schon auch an Evidenz da gewesen. Wie ist das bei den Schülerinnen und Schülern angekommen? Ist das, Sie haben vorhin einen wichtigen Punkt angesprochen, dass man selbst und autonom Dinge steuern kann und machen kann. Ist diese Autonomie, dieses ich kann mich selber testen, ich weiß daher, dass ich jetzt gerade nicht infektiös und nicht infiziert bin, ist das etwas, was eher positiv angekommen ist? Oder war dieser bürokratische Aufwand, sage ich jetzt mal, dass man in der Früh das machen muss, etwas, was Schülerinnen eher belastet hat? Was sagt da die Umfrage, was sagen da die Daten? Das haben wir auch genau bei unserer letzten Erhebung eben vor dem Sommer gefragt. Und da hat sich gezeigt, dass sich die Schülerinnen erstens einmal gut informiert fühlen, dass sie sich in der Schule großteils sicher fühlen. Und auch was Interessantes, sie haben selber angegeben, dass sie sich selbstbewusst sehr stark an die Regeln halten. Das Ähnliches haben auch die Eltern gesagt. Also sie haben das Gefühl, dass die Schule für ihre Kinder relativ sicher ist und auch, dass sie sich informiert fühlen. Aber wenn wir jetzt an die Schulleiterinnen denken und die Lehrpersonen, kam genau das heraus, was der Herr Steininger vorher gesagt hat. Die haben das Gefühl gehabt, es ist nicht gut planbar, es kommen erst sehr knapp die Informationen. Und sie haben dann einen großen Aufwand, das vor Ort zu realisieren, weil eben die Logistik oft nicht so entsprechend vorbereitet ist, weil sich die Regeln immer wieder ändern. Also das heißt, hier kam eine ganz andere Perspektive hinein als die der Eltern und Schülerinnen. Wobei die Perspektive der Lehrpersonen und Schulleitungen waren ja, was bekommen wir von den Behörden, also Bildungsdirektion, Ministerien, während die Schülerinnen und Eltern gesagt haben, welche Informationen bekommen wir von der Schule. Das heißt also, die Kontakte und das Vertrauen scheint an den Schulen, für die Schulen gut zu sein, aber weniger im Sinne von, dass die Schulleiterin und die Lehrpersonen das Gefühl haben, also wir kriegen das rechtzeitig, wissen genau, die Regeln sind einfach und so weiter. Ich muss aber trotzdem einen kleinen Zusatz dazu machen, der eigentlich gar nicht so klein ist. Wir müssen davon ausgehen, dass an allen Erhebungen, also nicht nur unseren, sondern allen Erhebungen, die jetzt in den Lockdowns durchgeführt wurden, primär diejenigen teilgenommen haben, denen es eher besser gegangen ist, die eher gebildet sind und so weiter. Weil man kann ja nicht davon ausgehen, ich nehme jetzt ein Beispiel, wenn ich als ein Jugendlicher zum Beispiel völlig aus dem Lernen rausgefallen bin, ich habe nichts geschafft, meine Eltern können mir nicht helfen, dass ich dann, wenn die Einladung zu einer Erhebung kommt, sofort mitmache. Also das heißt, und das gilt eben auch für andere Erhebungen, wir gehen eher davon aus, dass diese Erhebungen ein eher positiveres Bild zeichnen, als es der Realität entspricht und dass vor allem diejenigen, denen es besonders schlecht gegangen ist, gar nicht teilgenommen haben. Okay, also dass man da wahrscheinlich einen Dunkelziffer auch hat an Menschen, die untererfasst sind, die wahrscheinlich stärker darunter gelitten haben, auch in diesem Socialisten sind und die auch vielleicht dann an diesem, da kritischer gewesen wären gegebenenfalls auch noch. Wir haben vorhin die Fatigue angesprochen, also wenn ich müde bin oder depressiv bin, werde ich nicht sagen, ah, jetzt kommt eine Erhebung herein, ich fülle sie aus und mir geht es gleich besser, sondern die nehmen nicht teil. Apropos nicht teilnehmen, etwas, was jetzt in den letzten Tagen und zwei Wochen, insbesondere auch in den unterschiedlichen Bundesländern, sehr stark diskutiert wurde, war, dass sich jetzt gegen Ende des Sommers auch viele Schülerinnen und Schüler abgemeldet wurden von der Schule. Hat Sie das überrascht, wie groß da zum Teil die Zahlen waren? Ich kann mich erinnern, zum Beispiel die Salzburger Nachrichten, haben das dann auch auf die Titelseite genommen, weil es halt doch für Salzburg mehrere hundert Fälle waren und Abmeldungen, was sehr untypisch war. Haben Sie damit gerechnet, eher nach diesen sozusagen eineinhalb Jahren jetzt und vielleicht auch nach ein bisschen Unsicherheit noch darum, wie wird dieser Herbst genau ablaufen etc.? Ich glaube, die meisten im Bildungsbereich, ich glaube auch im Ministerium, haben sich mit dem Thema deswegen gar nicht beschäftigt, weil eigentlich die Zahlen immer relativ konstant waren und man sich gar nicht bewusst gemacht hat, ich glaube, vielen war das gar nicht bewusst, dass es in Österreich keine Schulpflicht gibt, sondern nur eine Unterrichtspflicht. Und erst dadurch, dass jetzt plötzlich die Zahlen so angestiegen sind, hat man sich, glaube ich, auch das Gesetz jetzt wieder mal genauer angeschaut. Denn eigentlich muss man sagen, es ist schon sehr merkwürdig, dass eigentlich jeder, also sprich jede Mutter, jeder Vater, jeder Erziehungsberechtigte sagen kann, ich unterrichte mein Kind zu Hause, ich muss keinen Grund angeben, ich muss keinen Nachweis liefern, dass ich das überhaupt kann, sondern ich mache das einfach. Und nach einem Jahr, das ist ja schon eine sehr lange Zeit, gibt es dann eine externe Prüfung, wobei die Erziehungsberechtigten sich selbst die Schule aussuchen können, wo diese Prüfung gemacht ist. Das ist schon ein Gesetz, würde ich sagen, wo man sich jetzt, wenn man das genauer anschaut, doch ein bisschen wundert, dass das eigentlich möglich ist. Und ich glaube schon, dass viele Eltern ja gar nicht wissen, was das bedeutet. Denn auch wenn ich selbst viel Wissen habe, also nichts ohne Grund ist, in der Sekundarstufe sind die Fächer auf unterschiedliche Personen aufgeteilt, die diese studiert haben. Und man kann, glaube ich, nicht annehmen, dass alle Eltern sozusagen alle Fächer so können. Und dann noch die didaktisch-pädagogische Kompetenz haben, das zu vermitteln. Denn kann ich, wenn ich zum Beispiel jemand sich in Mathematik nicht auskennt, wirklich das so erklären, dass das sozusagen dann verstanden wird. Das ist auch für die Lehrerinnen und Lehrer in der Schule oft eine Herausforderung. Und dann, finde ich, ist halt ein Problem, aus meiner Sicht ein ganz zentrales. Die Schule hat ja nicht nur die Aufgabe, Wissen und Kompetenzen zu vermitteln, sondern auch in die Gesellschaft einzuführen. Also soziale Kompetenzen. Wie arbeite ich mit anderen? Wie lerne ich mit anderen? Auch eine Diversität kennenlernen, wie sie in unserer Gesellschaft ist. Und trotzdem kommunizieren zu können. Unterschiede hinsichtlich Bildungshintergrund, Religionshintergrund, hinsichtlich Kultur. Und wie kann ich das zu Hause zur Verfügung stellen? Und ich glaube, das ist etwas, was man auch ganz stark hinterfragen muss. Das ist eine ganz zentrale Aufgabe. Wobei auch da natürlich eine gewisse Schere wahrscheinlich existieren wird, nämlich zwischen denjenigen, die auch in Richtung Homeschooling deswegen tendieren, weil sie auch davon überzeugt sind, dass sie das gut schaffen könnten, im Familienverbund zum Beispiel, und denjenigen, die das vielleicht tun, weil sie eben nicht wollen, dass ihre Kinder geimpft werden müssen und die Einschränkungen zu groß sind oder Ähnliches. Da haben Sie sicher recht, die Gründe sind, glaube ich, ganz, ganz unterschiedlich. Nur, ich glaube, in allen Fällen ist es kaum möglich, diese Diversität, die wir in der Schule haben und die auch wichtig ist, also im Sinne, dass ich das lerne, mit dem umzugehen, zu Hause herzustellen. Denn auch wenn ich sogar mein Kind in eine Privatschule ohne Öffentlichkeitsrecht gebe, werden das doch eher Eltern sein, die eine ähnliche Grundhaltung haben. Das heißt, genau diese Diversität, die eine Schule bietet, denn dort suche man nicht aus, wer in derselben Klasse ist, wird in dem Fall nicht geboten. Aber gibt es Daten und Erhebungen darüber, was zum Beispiel sozio-demografische Hintergründe von Schulabmeldungen traditionell in Österreich betrifft? Oder ist auch das etwas, wo man eigentlich über kaum Daten verfügt, um einschätzen zu können, ob es wirklich eher ein Problem ist oder nicht? Also meines Wissens gibt es dazu keine Daten, denn sogar das Bildungsministerium, glaube ich, hat nicht entsprechend, was ja auch daran liegt, dass die Menschen, die ihre Kinder abmeldet, keine Gründe nennen mussten. Also da gibt es jetzt nicht eine Dokumentation dahingehend, was sind die Gründe, welcher Bildungshintergrund ist der Eltern, sondern die brauchen ja nichts anderes machen, als sagen, ich tue es jetzt. Also das heißt, man hat wieder eine Regelung, die wahrscheinlich relativ breit formuliert ist und dann versucht man eigentlich gar nicht herauszufinden als Staat, was jetzt eigentlich dann Hintergründe sind. Ich glaube, jetzt werden sie es schon tun. Ja, es scheint sich zumindest, ich habe es jetzt vor allem in einigen Regionaltageszeitungen sehr stark thematisiert gesehen, es ist schon etwas, was jetzt aufgeschlagen ist in dem Sinne, dass es eine politische Diskussion gerade darüber gibt, weil es halt mehrere tausend Fälle sind und das etwas ist, was für österreichische Verhältnisse auch sehr untypisch hoch ist von einem aufs andere Schuljahr. Jetzt würde mich ein Punkt interessieren, der auch noch sehr stark in diese in diesen Autonomiegedanken, diese Selbstbefähigung gegangen ist, den Sie am Anfang angesprochen haben. Sie haben, mich würde noch ein bisschen interessieren, inwieweit jugendliche Schülerinnen und Schüler sich sozusagen von der Gesellschaft in gewisser Weise im Stich gelassen gefühlt haben. Wir haben ja, sage ich jetzt mal, sehr viel Fokus auf den Generationenvertrag in der Pandemie auch immer wieder gehört, quasi die Solidarität, die Jungen schränken sich auch natürlich ein mit, nicht zu Partys zu gehen, nicht sich zu treffen, den Lockdown quasi zu brechen, weil natürlich der Schutz der Älteren im Vordergrund gestanden ist, gerade in dieser Zeit, wo es die Impfung auch nicht gegeben hat. Ist da sozusagen ein Gefühl von Ungerechtigkeit oder empfundener Ungerechtigkeit da? Oder ist da eigentlich diese generationale Solidarität, die da so oft beschrieben wird? Ist das etwas, was Sie auch in den Daten sehen bei den Schülerinnen? In den Daten sehen wir das nicht, weil wir im Prinzip, nachdem das ein Forschungsschwerpunkt von uns ist, und das war wie ein natürliches Experiment der Lockdown, also wenn wir immer über Selbstorganisation forschen, jetzt gibt es den Lockdown, ist das ein natürliches Experiment, sodass man nachschauen kann, wie funktioniert das? Daher sind wir sehr stark als Forscherinnen und Forscher mit psychologischen Theorien herangegangen und haben es kombiniert mit offenen Fragen, also offene Fragen, wo die Schülerinnen und Schüler sagen, was hat sie am meisten getroffen, was ist gut gegangen und so weiter. Und da waren die Antworten, die sie gegeben haben, zum Beispiel, was waren die größten Herausforderungen, was hat sie besonders belastet, doch sehr stark auf sich bezogen. Also bezogen eben, ich kann mich kaum mehr aufraffen, dass ich lerne. Also zum Beispiel, was auch sehr interessant war, im zweiten Lockdown haben sie viel mehr Zeit für die Schule aufgewendet als im ersten, und zwar die Oberstufenschülerinnen, da haben über 60 Prozent angegeben, dass sie pro Tag mehr als acht Stunden für die Schule arbeiten. Das ist schon irrsinnig viel, wenn man überlegt, wie viele Erwachsene arbeiten. Trotzdem haben sie geschrieben, dass das für sie so ein Kraftakt ist. Also das passt zu dem, was sie eben vorgesagt haben, Vater G., dass sie sich kaum mehr aufraffen können, wo sie faktisch immer eine ähnliche Situation zu Hause haben und sie müssen sich dauernd selbst motivieren. Und das ist zum Beispiel so etwas, haben sie als eine besondere Herausforderung angegeben. Und als zweites auch doch diese Zukunftsängste. Also was wird die Zukunft für mich bringen? Es ist jetzt bezogen auf mein Leben, also wenn ich ein Jugendlicher bin mit 14, 15 Jahren, ist die Zeit der Pandemie bezogen auf das Lebensalter, nimmt schon einen relativ großen Raum ein, als wenn man jetzt sagt, das ist jemand, der 80 Jahre ist oder 70 Jahre. Und da hat man schon das Gefühl, weil sie haben so irgendwie das Gefühl, ich habe ja gesagt vorher schon, Fridays for Future, wie geht das für uns weiter? Wann endet das? Und was bedeutet das jetzt für mich als Individuum und meine eigene Zukunft? Okay, das heißt also eher fast schon ein bisschen diffuser dieser Gedanke, quasi die Zukunftsängste am weniger, dass man sich mit den Corona-Maßnahmen, dem Pandemie-Management oder Ähnlichem dann beschäftigt hätte oder das dafür verantwortlich macht. Nein, die haben eben eher zugegeben, dass sie sich wirklich ganz bewusst sehr stark an das halten und auch die Maßnahmen in der Schule nachvollziehen können. Aber so etwas wie Generationenvertrag oder wir haben jetzt so viel geleistet für die Älteren, das kam eigentlich nie. Okay. Mich würde jetzt ein Punkt noch interessieren, wir haben jetzt, Professor Steining hat das vorher angesprochen im Kontext der Teststrategie, nämlich inwieweit gibt es überhaupt dann genug Ressourcen auch vor Ort an den Schulstandorten, um das reibungslos zu machen. Da würde mich der Grat der Vorbereitung quasi ein bisschen interessieren für den jetzigen Herbst. Wenn jetzt ein Teil des Stufenplans sieht ja vor, dass gegebenenfalls bei höherer Bettenauslastung Antigentests nicht mehr sozusagen zählen sollen. Jetzt hat man im ersten Moment gesagt, bei den Ninja-Pässen, also bei den Schultests soll das noch gelten. Aber sozusagen es deutet sich an, dass mehr Testkapazität notwendig sein wird, wenn die Zahlen steigen. Jetzt gibt es ja nicht unendlich viel Kapazität. Ich habe zum Beispiel mitbekommen, beim Forum Alpbach zum Beispiel mussten Tests aus Tirol mit dem Auto gerade nach Wien gefahren werden, damit sozusagen das Testregime dort funktioniert. Also es gibt ja auch durchaus logistische Probleme oder Knappheiten. Wie gut sind wir darauf vorbereitet, dass jetzt sozusagen deutlich mehr Testanforderungen kommen, um zum Beispiel die Schulen offen zu halten, um zum Beispiel in der Gastronomie, um zum Beispiel im Handel für Ungeimpfte auch Ressourcen, also das offen zu halten. Kommen wir da ein bisschen so auf eine, steuern wir da ein bisschen ein Ressourcenthema zu? Darf ich das auseinanderdröseln und vielleicht noch ergänzend erwähnen, wenn wir über Generationenvertrag sprechen, dann gibt es auch einen ganz wichtigen Parameter, der bis jetzt viel zu wenig diskutiert worden ist, aber sich jetzt schon durchschlägt. Da geht es um verlorene Lebensjahre. Wir wissen aus der Medizin, dass wir eine deutliche Steigerung der Lebenserwartung in den letzten 30, 40, 50 Jahren gesehen haben, weil die Medizin besser geworden ist, weil wir mehr Geld investieren konnten in eine bessere Medizin, in eine bessere Vorsorge, in eine bessere Behandlung von Therapien. Und jetzt mit den Kosten durch die Pandemie steht dieses Geld nicht mehr in diesem Ausmaß zur Verfügung. Und da gibt es bereits jetzt ganz gute Studien, die belegen, dass die Pandemie sich vor allem in verlorenen Lebensjahren niederschlagen wird. Und das vor allem in die Generation, die gerade die Schulen besucht. Und das ist ein weiterer Faktor, der mir wirklich große Sorgen bereitet. Zu dem weiteren Thema, dass man da an Verschärfungen denkt, dass man sagt, Antigentests sind nicht mehr gültig, nur mehr PCR-Tests. Aber Ninja Pass schon noch. Ich sehe da so viel Inkongruenz in den Strategien und so viel Uneinheitlichkeit, die einfach schwer lebbar ist. Sie haben vorher schon erwähnt, die Bundesländer haben unterschiedliche Regeln. Mir wäre es ein großes Anliegen, dass wir auf europäischer Ebene ähnlich einheitliche Regeln hätten. Es wäre schon ein großer Fortschritt, wenn wir auf österreichischer Ebene einheitliche Regeln hätten. Und dann wären die Regeln auch viel leichter lebbar, umsetzbar. Und das schafft auch Sicherheit, weil jede Regel, die klar umgesetzt wird, jede Regel, die Sinn macht und man versteht, warum sie Sinn macht, dann hat sie auch Wirkung. Ich komme aus einer Familie mit Polizisten und die haben mir immer erklärt, eine Geschwindigkeitsbeschränkung hat vor allem dann Sinn, wenn der Autofahrer versteht, warum er langsamer fahren soll, warum es wichtig ist, dann halten sich auch die Menschen daran. Und genauso ist es mit Corona-Regeln. Und zu Ihrer letzten Frage hinsichtlich der Kapazitäten. Die Kapazitäten gibt es. Und die kann man ausbauen, kann man entwickeln. Aber das geht nicht von heute auf morgen. Man braucht eine gewisse Vorlaufzeit. Wir haben das in Wien bei dem Projekt Alles Gurgelt gesehen. Das geht nicht von heute auf morgen. Das sind Strategien und Projekte, die so noch nie jemand durchgeführt hat. Da bewegt man sich auf Neuland. Mittlerweile gibt es sehr viele Erfahrungswerte. Das bedeutet, man kann es durchführen, man kann es umsetzen. Man braucht einfach Vorlaufzeit. Und man braucht einen weiteren Planungshorizont als drei Wochen. Und dann schauen wir, wie es weitergeht. Da muss man ja auch erwähnen, dass es ja gerade in dem Bereich auch Diskussionen um den Beschaffungsprozess für dieses Schuljahr gegeben hat. Da ist Lead Horizon ja auch sozusagen ein großes Thema gewesen, weil der Beschaffungsprozess jetzt de facto neu ausgeschrieben oder die Ausschreibung neu lanciert werden musste, weil sie quasi etwas spitz formuliert war, um es so zu sagen. Na ja, Lead Horizon war eigentlich nicht Thema in der ganzen Thematik. Es geht darum, dass man zuoberst die rationale Evidenz setzt und sagt, welches Ziel will ich erreichen, wo will ich hin und damit angepasst die Maßnahmen entwickle. Ja, aber was man schon gesehen hat jetzt in den letzten Monaten, Sie haben gesagt, die Kapazitäten gibt es und man hat schon viel gelernt und es wurde auch schon viel aufgebaut. Aber auch das ist nicht überall gleich verteilt, oder? Also wie gesagt, das Beispiel mit dem Forum Alpach habe ich jetzt durchaus ernsthaft auch gebracht, weil es offenbar Bundesländer gibt, wo es eben nicht so einfach ist, um zu sagen, für, sagen wir mal, x-hundert Tests jeden Tag, die ich brauche, um einen Betrieb, in dem Fall halt eine große Veranstaltung, aufrechtzuerhalten, habe ich aber dann vielleicht nicht die Labore oder die Testkapazitäten vor Ort, um das kostengünstig, effizient, schnell und so, dass es sozusagen jeden Tag sicheres Zusammenkommen ermöglicht, umzusetzen. Also ganz offenbar ist die Kapazität derzeit noch nicht überall so ausgebaut, oder? Ja, das ist eine Frage der Rahmenbedingungen und der Nachfrage. Also es gibt in Wien das Lifebrain-Labor, das diese Kapazitäten aufgebaut hat, auch weil absehbar war, dass es die Entscheidungen gibt von Seiten der Politik, dass es Sinn macht, dass man da die Investition tätigt. Und in anderen Regionen hat es einfach noch nicht diese Entscheidung für ein Konzept von Seiten der Politik gegeben. Und jedes Labor muss auch knapp kalkulieren. Und wenn jetzt in einem Bundesland, wo bisher die Kapazitäten nicht vorhanden sind, ein Labor hingeht und sagt, ich baue jetzt ein Labor auf, um die Kapazitäten für vier Millionen Tests pro Woche zu schaffen und dann kommen 100 Tests pro Woche, das wird sich nicht ausgehen finanziell. Natürlich. Ein weiteres Ressourcenthema, das wir natürlich in dem Bereich Schule und Corona haben, betrifft das Thema der psychologischen Betreuung. Also wir hatten im Neos Lab einen Podcast vor einiger Zeit mit dem Professor Paul Plener, der war jetzt mal auf der Kinder- und Jugendpsychiatrie natürlich einen kleinen Ausschnitt sozusagen der psychologischen Fälle betreut, aber der sehr stark beklagt hat, dass es da eigentlich viel zu wenig Angebot gibt bei viel zu viel Nachfrage jetzt in der Pandemie. Wie würden Sie gerade an den Schulen einschätzen, ist die Situation, ich kann mich an viele Forderungen erinnern, auch von unterschiedlichen Parteien, die Zahl der Bildungspsychologen, der psychologischen Unterstützungskräfte an den Schulen zu erhöhen? Ist da das heurige Jahr schon besser vorbereitet in Ihren Augen? Ich weiß jetzt nicht genau, wie sehr es aufgestockt wurde. Auf jeden Fall ist das vorgesehen, aber das ist wieder so ein Beispiel, wo die Pandemie Probleme, die es schon vorher gegeben hat, faktisch jetzt noch verstärkt hat, nur man nicht in so einer Geschwindigkeit reagieren kann. Also es gab schon ewige Zeiten Forderungen, dass wir mehr Schulpsychologinnen und Schulpsychologen brauchen, mehr Schulsozialarbeit und so weiter. Und in anderen Ländern gibt es das sehr wohl. Das entlastet ja die Lehrpersonen auch dahingehend, dass sie sich, wenn es Probleme gibt, nicht sozusagen auch um die psychosozialen Probleme kümmern müssen, sondern sich wirklich auf die Vermittlung von Wissen und Kompetenzen konzentrieren können. Nur geht es oft nicht, dass ich dann sage, so und jetzt bräuchte ich, ich weiß nicht, ein paar Hundert dazu und mit einem Knopfdruck sind die da. Also das ist eben der Punkt. Wir haben diese Probleme schon längst identifiziert. Sie waren aber nicht so virulent, beziehungsweise hat man sie nicht so gemerkt, weil es eben keine Pandemie gab. Und ich glaube, das sind ganz, ganz viele Bereiche. Vielleicht noch einen kurzen Satz zu dem, was Sie gesagt haben mit der Logistik. Ich begleite das Bildungsministerium mit sehr unterschiedlichen Ministerinnen und Ministern schon, also ich glaube, seit über 20, vielleicht 25 Jahren. Und was mir hier, und ich muss sagen, wenn ich mich umschaue, nicht nur im Bildungsbereich, sondern auch in den anderen Politikfeldern immer auffällt, und wo ich mich dann in den letzten Jahren auch forschungsmäßig mehr beschäftigt habe, ist, dass wenn eine Verordnung, wenn ein Gesetz beschlossen ist, was ohnehin, Sie wissen das, eine ziemliche Arbeit ist, weil das ist ja wirklich das Bohren dicker Bretter, dass man sich einigt auf etwas, dass sich dann alle ermattet zurücklegen, sage ich mal, und nicht darüber nachdenken, wie entwickle ich eine Strategie für eine flächendeckende Implementierung. Denn da muss ich ja auch mitbedenken, sind die Leute vor Ort vorbereitet? Habe ich die Logistik? Wissen die, wie man das macht? Wie sind die Verkehrswege jetzt in dem Bereich? Aber im Bildungsbereich, wie sind die Einstellungen der Lehrpersonen? Was wissen die darüber? Wollen die überhaupt mitmachen? Wie kann ich das Wissen vermitteln? Und so weiter. Welche Herausforderungen sind das? Und darum greifen eigentlich sehr viele Maßnahmen und Verordnungen, die durchaus, wenn man sie sich inhaltlich anschaut und sagt, die werden ja eigentlich sinnvoll, aber sie greifen nicht, weil zusätzlich sozusagen zu der Entscheidung der Maßnahme der Implementierungsplan fehlt. Und die Strategie, wie ich es implementiere. Also es gibt ja diesen wunderschönen Satz, Strategie ist wichtig, aber die Umsetzung ist alles. Und in dem Bereich scheint das dann genauso auch einzutreten. Also es ist definitiv so, ich glaube, das Thema Fachkräftemangel ist in dem Bereich psychologisch geschulte Personen natürlich auch evident. Also man kann nicht einfach von heute auf morgen 500 mehr Leute einstellen, wenn es nicht mehr Ausbildungsplätze gibt. Aber gegebenenfalls ist die Nachfrage vielleicht auch dennoch anhaltet hoch im heurigen Jahr. Ich würde jetzt am Schluss, weil wir schon ein bisschen, oder weil ich jetzt schon ein bisschen auf die Zeit schaue, wenn wir in das Frühjahr 2022 blicken, dann haben wir sozusagen zwei ganze Jahre mit unterschiedlichen Wellen, mit unterschiedlichen Phasen der Pandemie verbracht. Auch die Schulen und die Schülerinnen und Schüler. Das hat sicher, wie gesagt, viele Mischstände aufgedeckt, viele Wunden offengelegt, die es schon davor gegeben hat. Kapazitäten oder Ressourcen, die gefehlt haben und Ähnliches. Aber natürlich auch einige Möglichkeiten gezeigt, nämlich wie schnell man dann vielleicht Entscheidungen treffen kann, was in der Digitalisierung möglich ist, was vielleicht für österreichweite Maßnahmen auch möglich sind, wenn man sich im Föderalismus mal verständigt etc. Wenn wir uns jetzt im Frühjahr 2022 noch mal zusammensetzen würden, was würden Sie denn aus der heutigen Perspektive erwarten, was wir in diesem nächsten Schuljahr, also in diesem jetzt beginnenden Schuljahr, dann gelernt haben schon, über den Umgang mit der Pandemie, über den Umgang mit den unterschiedlichen technischen und auch medizinischen Voraussetzungen, um ein möglichst normales Schulsemester und ein möglichst normales Schuljahr wiederzumachen. Ich würde da gerne mit Ihnen vielleicht anfangen. Was wissen wir im Frühjahr 2022 mehr? Was haben wir da schon gelernt? Was haben wir hoffentlich vermeiden können? Also ich sehe ganz viele positive Entwicklungen und sehr viele Gedankenanstöße, die jetzt auch tatsächlich aufgegriffen werden. Wo wir dann stehen im Frühjahr, ist dann eine andere Frage, aber denken wir alleine einmal an die Gebäudetechnik. Jetzt hat man sich Gedanken darüber gemacht, dass man vielleicht Geräte braucht, die die Luft irgendwie behandeln, in Räumen, die schlecht gelüftet werden können. Wir leben seit Ewigkeiten mit anderen Atemwegsinfektionen, mit der Grippe, mit verwandten Virusinfektionen, selbst mit sehr tödlichen Infektionen wie Meningokokken. Und hat sich irgendjemand schon einmal Gedanken zu Infektionssicherheit in der Schule gemacht? Ich glaube, ganz wenige Menschen. Und ich finde großartig, dass es da einen Gedankenprozess gibt, der angestoßen worden ist. Und ich hoffe, dass der auch dann weitergeführt und weitergedacht wird, dass man Gebäudetechnik, um bei diesem Beispiel zu bleiben, dann nicht nur in der Perspektive sieht, mir fällt nichts auf den Kopf, sondern ich atme auch nichts ein, was mich krank macht. Also das heißt, dass eigentlich der Virologe sich freut, dass nicht nur das Virus, um das sich jetzt alles dreht, sondern vielleicht auch andere Viren dann im Rahmen der Maßnahmen, die man jetzt langfristig setzt, wie Luftfilter zum Beispiel und Luftfilteranlagen. Beispielsweise. Wir sehen ja diesen positiven Prozess auch schon bei anderen Virusinfektionen. Wir haben in Österreich eine Influenza-Impfungsrate von 5 bis 10 Prozent traditionell stabil niedrig gehalten. Voriges Jahr war die Influenza-Impfung vergriffen. Also ich finde das großartig, dass sich da endlich einmal was tut bei Themen, die uns schon sehr lange am Herzen liegen. Was ist das Spiel? Was glauben Sie, wenn wir uns im Frühjahr zusammensetzen würden, aus diesem vor uns stehenden Schuljahr gelernt haben? Ich muss sagen, genau so. Wir haben jetzt schon auch viel gelernt. Es gab sicher einen Fortschritt hinsichtlich Digitalisierung. Es gab sicher auch einen Fortschritt in der Selbstorganisation. Es gab interessante Fortschritte bei den Lehrpersonen. Ich nenne jetzt nur eins, nämlich dass sie gelernt haben, man muss nicht alles vorher wissen, also sprich alles planen und planbar haben. Man ist viel gelassener, wenn es neue Situationen gibt und hier nicht alles perfekt bleibt. Auch das ist ein sehr wichtiger Lerngewinn. Und ich glaube, es ist das System sozusagen, hat gelernt, mit Veränderungen umzugehen. Was ich mir erhoffe ist, und das durchaus auch eintreten könnte, ist, dass man jetzt im zweiten Jahr einfach gerüsteter ist und dass man es auch schafft, diejenigen, die wahrscheinlich im ersten Jahr herausgefallen sind, also die man eben nicht erreicht hat durch die plötzlichen Lockdowns, dass man jetzt schon mehr proaktiv sozusagen auf diejenigen schaut und bereits versucht hat, sie in das System zurückzuholen und dass die nicht wieder neu verloren werden. Denn das geht ja sowohl um das einzelne Individuum, wenn ich nämlich rausfalle, völlig aus dem Lernen. Dann muss ich eigentlich Schule und Lernen abwerten. Denn ich kann ja schlecht sagen, das System Schule, Lernen ist toll, nur ich bin ein völliger Versager oder eine Versagerin. Da muss ich einfach sagen, Schule und Lernen ist blöd, ich brauche das nicht. Und die müssen wir wieder zurückholen, damit sie selbst eben durch Lernen dann die Möglichkeit haben, einen Beruf zu erwerben und ihren Positionen in der Gesellschaft. Aber wir müssen es auch aus volkswirtschaftlichen Gründen, wir können uns nicht leisten, so viele Menschen zu erhalten. Also ich glaube, das ist eine wichtige sozusagen Herausforderung, die noch nicht bewältigt ist. Und ich hoffe, dass wir da auf einem besseren Weg auch noch sind. Und eine letzte Frage, die ich noch an Sie beide stellen möchte, weil sie die Frage war, die ich in Vorbereitung, als ich mich ein bisschen umgehört habe, bei den Jungeltern und Eltern in meinem Umkreis, sehr häufig bekommen habe, nämlich diese Einschätzung zu dem heurigen Schuljahr. Wir haben jetzt in Österreich von Anfang März bis 2020, bis Ende Juni 2021, knapp 39 Wochen partielle und volle Schul-Lockdowns gehabt. Das war auf Basis von UNESCO-Zahlen. Österreich liegt im internationalen Vergleich verhältnismäßig hoch für sozusagen Industrienationen und moderne Volkswirtschaften. Werden wir das nächste Schuljahr ohne eine weitere dieser Wochen statistisch auskommen? Was ist Ihre Einschätzung? Ich weiß es nicht. Wichtig ist, dass wir vorbereitet sind. Entscheidend wird auch sein, wie erfolgreich wir noch in den nächsten wenigen Wochen mit Impfungen sind. Das wird ganz wesentlich für das gesamte Schuljahr sein. Und wie es mit den weiteren Maßnahmen aussieht, kann ich derzeit nicht sagen. Es gibt so viele Variablen und unwegsame oder offene Fragen, wie auch diese sehr komplexe Handlungsanleitung, was passiert, wenn wir höhere Zahlen bekommen. Diese Stufenpläne. Diese Stufenpläne, es ist ganz schwer vorherzusagen. Frau Prof. Spiel, was würden Sie meinen besorgten Eltern und Jungeltern so sagen? Ich sehe es auch so, dass man es ganz schwer vorhersagen kann. Aber ich bin lieber optimistisch. Ich sage immer, der Optimist ist genauso viel wie der Pessimist, aber er hat mehr Spaß dabei. Daher würde ich optimistisch sein und sage, ich glaube, wir schaffen es, sie offen zu halten. Aber man kann ja auch ein bisschen was noch dafür tun. Ich denke, wir sollten das Thema Impfungen, warum, welche Studien gibt es dazu, auch welche Verantwortung. Ich habe also nicht nur für mich als Individuum, sondern auch für die andere in der Schule auch zum Thema machen. Denn das sind ja vernünftige Menschen, die auch denken. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist bei allen diesen Maßnahmen, dass wir sie ihnen nicht drüber stülpen, sondern dass wir sie mitnehmen, dass wir sie mit ihnen diskutieren, sie transparent machen und auch argumentieren, warum und sie auch einbinden in das Einhalt. Also on this happy note, also mit diesem optimistischen Ausblick, dass wir mit noch einer Impfkampagne, die den Namen verdient und auch mit Informationen es schaffen, dass wir gut durch dieses Schuljahr kommen, möchte ich gerne den heutigen Let's Talk at Lunch beschließen. Ich sage nur mal vielen Dank für Sie, Prof. Spiel und Prof. Steininger, für Ihre Analyse und Ihre Einblicke. Das war heute der Auftakt zu einem Herbst, in dem wir uns unter anderem mit dem Thema der Deutschen Bundestagswahl noch beschäftigen, mit dem Thema Antikorruption und Transparenz und natürlich mit einem Thema, das uns auch im Sommer begleitet hat, dem Klima und der Wirtschaftspolitik in naher Zukunft. In einem Monat ist immerhin die Budgetrede des Finanzministers. Ganz konkret möchte ich für den kommenden Mittwoch noch einladen. Wir haben am 15. September digital im Lab Harald Christ, FDP-Politiker aus Deutschland, der mit uns darüber sprechen wird, was sich für Optionen nach dem 26. September der Bundestagswahl in Deutschland wohl stellen werden. Und am 17. September sind wir als Neos Lab auch in Linz, werden dort mit dem Antikorruptionsvolksbegehren, über das Antikorruptionsvolksbegehren diskutieren, Irmgard Gries, ehemalige NEOS-Abgeordnete und Präsidenten des obersten Gerichtshofs wird vor Ort sein, genauso wie Walter Geier, der erste Korruptionsstaatsanwalt und Leiter der WKStA und ehemaliger Staatsanwalt. Wir werden da sehr stark diskutieren, wie Österreich ein möglichst transparentes, sauberes und wenig korruptes Land sein kann. Und damit hoffe ich, dass der heutige Talk zu Wie kommen wir durch diesen Delta-Herbst an den Schulen und vor allem die Schülerinnen und Schüler ein bisschen einen Ausblick dazu gegeben hat, was sich in den nächsten Wochen und Monaten ansteht. Und ich hoffe, wir sehen einander auch nächste Woche wieder digital bzw. in Linz bei einer Präsenzveranstaltung. Vielen Dank nochmal für die Aufmerksamkeit und alles Liebe aus dem Neos Lab, dem offenen Labor für neue Politik. Vielen Dank nochmal für Ihre Zeit. Gerne.